Hey Freunde, willkommen zu der anderen Folge Minecraft Junior. Wir kommen zu meiner ersten Folge, die ja, also eigentlich die zweite, weil die erste Folge, ich war sehen, wir löschen, was auch nicht angetrunken wird. Ja. Ich war irgendwie schon, aber... Ist ja egal. Heute ist das erste Event mit dem Bogen und 32 Feier. Also das ist das Ziel. Ja. Wir haben uns entschieden, nochmal für eine Minute auszurüsten. Eine Minute? Ja, bloß mach mal schnell. Okay. Ausrüsten sagst du. Oder länger? Nee. Warte, ich sag gleich, wenn die Minute losgeht. Geh mal runter von der Teste. Mann, Mann, Mann. So, und... Sie... geht... und... die geht los. Okay. So. Das ist bei mir lang zwei Minuten. Bei zweitze Minute halt. Jo, bei mir auch. Du sagst ausrüsten, okay. Ja. so, 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 so. Das wird ja dann abgezogen von dem Leben. Nur noch. Dann hat man ja nur noch mal, oder? Was? Hat man ja dann nur noch mal, oder? Nee, das ist ja ein Event. Oh, ja. 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 Außer, wenn wir alle mal ein Event machen. Das ist ja das erste Event. Ja. Jo, mach ich gleich. So, etwas leiser. Mal jetzt bis zur Hälfte. Ja. Und Minute ist rum. Okay. Ich lege kurz meine Sachen. Jo. Achso, muss noch schnell Zeug. Achso, hab ja alles. Bist du voll Hunger? Ach nee, ich muss noch mein Essen kosten. Du hast jetzt voll Hunger. Hab ich recht? Ja. Okay. Komm hier. Komm, komm hoch. Ja, bin ich. Okay, erstmal ein bisschen Abstand nehmen. So. Achso, und wegrennen zählt jetzt, ne? Warum? Ja, aber das ist ein bisschen blöd, wenn man wegrennt. Eins, zwei, drei, go. Die kleine Schlawine hat genau die gleiche Idee, wie ich gehabt. What? Zwei? Hä? What the fuck? Yes, Alter. Junge. Wiederholung, Wiederholung. Zwei. Zwei Schläge. Gibt doch keinen Sinn. Ja, Junge, ich hab Anlauf gemacht und dann nochmal geschlagen. Junge. Okay, dann halt. Dann machen wir es zwei, okay? Okay. Nee, bis drei. Nee, zwei. Okay, drei, drei, drei. Dreimal. Ja, bis drei. Und. Go. Go. Ich renne nicht weg. Alter, es tut hoch. Fuck. Ah, scheiße. What? Ein Herz. Oh, mein Herz braucht es. Junge. Ich muss das mal vollrecken. Dann warte, ich geh mal schnell Slashil ein. Nein. Nee, ich muss vollrecken. Dafür hast du ja auch dein Essen, Mann. Ja, es ladet ja so lange. Ja, und da hast du Pech. Okay. Es geht direkt. Ich mach meinen Karten, okay? Nein, es geht direkt weiter. Okay. Junge. Ja, ist doch klar, dass das ist. Ja. Ja, 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 ja. Ich geh nicht lang. Okay, noch zweimal Gewinn. Ich soll eigentlich mit vier Herzen gewinnen. Hast du meine Sachen eigentlich gesagt? Nee. Okay, ich stehe zwei, eins. Stop. Okay, go. Ja? Wo bist du? Wir müssen hier nur machen, das ist für du. Hä, wo bist du? Hi. Das fragst du dich. Ach so, es geht im Dunklen weiter. Hi. Das ist jetzt wie so ein kleines Versteckspiel. Ach so, wollen wir, es wird vielleicht auch noch ein Event sein, verstecken. Ja, und der Verstecker muss den dann töten, dann ist man draußen. Also, wenn der sucht. Und der Verstecker kann sich auch wehren. Ja. Suchst du mich? Ich sehe dich. Alter! Skelett mit OP-Rüstung! Jo, das hat einfach verzauberte Boots. Was kommt zu dir? Ach so, die Zombie-Tötung und so zählen auch. Von hinten, Villager-Zombie! Ja, ja, jetzt hängst du dich! Jo, das ist einfach voll assi gewesen, gerade vom Villager-Zombie. Warum mich? Hey, was hat mich getötet? Ich hab gesprintet! What the fuck? Wo ist mein Zeug, Mann? Oh, oh! Fuck! Wo ist mein Zeug? Im Wald. Wo im Wald? Hier, da liegt's. Ich krieg einen Bogen, oder? Jo. Und jetzt geh ich mal lieber ab. Wenn du lebend überhaupt noch ankommst. Junge, lass dich! Ich hab dich vorgepusht. Ich hab das Skelett tot. Oh Mann, jetzt hab ich Rüstung. Ich hab Rüstung. Achtung, das ist meins ab. Jo. Okay, Alter. Ich hab jetzt die Rüstung. Ich hab jetzt die Rüstung. Alter, oh, schon wieder so ein scheiß Villager-Zombie. Komm, verpiss dich. Niemand hat dich eingeladen, ey. Okay, ab jetzt. Wenn man jetzt stirbt, geht die Läge wieder. Jo. So. So. Ey, für den Kampf haben wir locker jetzt, äh, glaube vier Minuten oder fünf gebraucht. Ja, bei mir ist dann die siebte Minute. Sieben Minuten, die Aufnahme ist jetzt schon. Bei mir auch. Hm. Ich bin einfach noch ein bisschen draußen. Ich bin noch ein bisschen draußen mit den Pferden und so. Okay. Okay. What the fuck? Bei mir irgendwie hört sich's an, wenn die Pferde sterben, ob sie qualvoll irgendwie verrecken. So, lass mich jetzt. Kommst du pennen? Ja. Warte, ich komm gleich. Wo, liegst du? Ja. Okay. Junge, liegst du. Hast du ihn? Junge, was ist das? Ich getrennt pennen mit dir. Ich tue mit dir getrennt pennen. Junge, ich bin raus. Wie? Nö. Ich hab schon rausgegeben. Kleinen Karko. Du bist ja nicht draußen. Doch, guck. Ich bin vom Zimmer getrennt. Alles klar, warum penn ich dann nicht? Oh, deine Folge ist draußen. Wie? Ja, ich weiß schon. So. What the fuck? Ah, jetzt. Ich bin ein neuer Tra... Äh, ein neuer Trage. Ein neuer Tag. Ah, fuck. Skeletten. OP-Skelett. Scheiße, verbrenne, verbrenne. Da ist bloß ne Hose. Verbrenne. Ja. Da ist bloß ne Hose. Ich weiß. Nein, ich hab's grad aufgemacht. Die Tür für das Ding. Aber es ist tot. Boah, Alter. Hast du eine Rüstung? Was? Hast du eine Rüstung? Ich? Nee, ein Skelett. Du hattest ne. Mann, ich will dich zur Survival-Welt. So wie. So wie Wahl. Genau. Warte, wie hieß diese Ene-Welt? So wie, wie Wahl. So wie, wie Games. Ja, genau. So. Ich hab's denn. Kommst du, wie ne? Ich hü. Jetzt. Letzter. Hä? Paket wird ja selber an. Achso. Ist das normal, dass hier oben ein Loch frei ist? Ich hab's ja noch auf. Such mich. Junge, ich bin noch. Such mich. Mann, Devin, lass mich. Such mich. Bei mir ladet's noch. Ich kann nichts machen. Alter, ich hab keine Ahnung. Dein Schlag? Nee, nee. Zweiter Schlag? Ich hab keinen Bock mehr. Ich will nur deine Level. Danke. Ach, Mann, du bist schon. Oh, shit. Jetzt hab ich den Tod. Was? Der Tod, der zählt doch noch nicht. Ach. Er ist in der nächsten, Mann. Ich hab... Du, Honi. Ist doch schon eigentlich die zweite Folge. Ja, die zweite Folge war das Event. Immer wenn ein Event ist und man stirbt, dann ist sozusagen wie eine kleine Pause. Mann, 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 Mann. Ich will mich trotzdem nicht mehr twelfeln, sonst hab ich das nicht. So wird's nicht gut. Von oben kommt ein Pfeil geflogen. Ein Pfeil kommt geflogen. Direkt auf dich. Ich hab auch einen Bogen. Junge, guck mal, wie das bei mir aussieht. Ach, das kenne ich. Das hat doch gerade das Thatcher-Pack. Nö, aber ich kenne das Thatcher-Pack auf jeden Fall. Alter, Halt, du hast tot. Ich werd oben gespawnt auf dem Dach. Bei mir steht, dass ich die Zähne getötet hab. Hä? Ach nee, wir haben uns gegenseitig geknallt. Leg mal die Sachen rein. Ja, vielleicht, wenn ich Bock hab. Aber nur, wenn der Punkt mir gehört. Okay, ich mach meine Aufnahme weiter. Ja, ich mach, ich leg nur schnell deine Sachen rein, dann beende ich. Ich geh wieder da, bei der Aufnahme. So. Ja, das ist auch schon... Das ist auch gleich wieder Ende. Ende. Oh, Ende. Die Pfeile haben sich verdoppelt. Was ist verdoppelt? Die Pfeile? Oh, danke für die Hose. Nö. Ich muss eh jetzt die Folge beenden. Warum? Na, es ist doch schon wieder so weit. Ich hab jetzt schon 11 Minuten. So, damit verabschiede ich mich von dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Und hoffentlich hat euch diese Folge gefallen. Vergesst nicht, den lieben, guten Rekso und Adi auszuchecken. Und vergesst nicht, dein Abo dazulassen. Ich bin auf Koks. Ja, ich weiß schon. Und ciao. Abo nicht vergessen. Daumen hoch und alles sowas. Kommentar nicht vergessen. Und ciao. Bye. Bye.